So, hi! Wir sind hier heute auf der BCB bei Tastellery an unserem Stand. Wir haben zwei ganz wunderbare Produkte. Einmal unseren Cinecane Popcorn Rum. Ein zwölf Jahre gereifter Rum aus Barbados, der mit frischem Popcorn destilliert wird. Super easy zu trinken, kann man richtig lecker als zum Beispiel salted old-fashioned einfach genießen. Und genau, auch pur, auch als Daiquiri. Ganz toller Drink. Und als zweites haben wir unseren Vosé. Das ist eine Mischung aus Wodka und Rosé, biozertifiziert. Als Aperitif zu genießen. Einfach Limettenscheibe rein, ins Glas, unseren Vosé rauf. Und mit Tonic aufgießen. Ganz easy Drink als Aperitif. Haben wir unseren Vosé und unseren Cinecane. Und ja, damit kann man einfach nur Spaß haben. Die Idee beim Cinecane war eigentlich super simpel. Es gibt eine Bar in New York, die seinen eigenen Popcorn Rum hergestellt hat. Und wir haben gesagt, warum soll man Popcorn Rum nur in New York trinken können? Wir haben das Ganze groß aufgezogen, haben jetzt unseren eigenen Popcorn Rum ins Leben gerufen, auf die Welt gebracht. Und genau, es ist einfach ein zwölf Jahre Barbados Rum, der mit frischem Popcorn destilliert wird. Und haben somit ein wenig New York Flair nach Deutschland, nach Hamburg und in die Welt gebracht. Und unser Vosé hat eine recht ähnliche Idee gehabt oder war eine ähnliche Idee. Weil Wodka-Rosé wird in den USA auch relativ viel getrunken, hier in Europa noch gar nicht so verbreitet. Und auch da haben wir gesagt, warum alles Gute nur in den USA, warum auch nicht hier bei uns. Und so ist unser Vosé entstanden. So, und zum Schluss bedanke ich mich natürlich, dass ihr hier auf der BCB wart, dass ihr uns besucht habt. Könnt uns, BCB ist ja leider nur drei Tage, natürlich auch auf unserer Homepage tastetillery.com besuchen. Findet alle unsere Produkte und immer wieder neue Inspiration für gute Drinks. prä Cólle Oniz D f Vielen Dank.